Für diesen sechsten Tagesbewerb die Teilnehmer beim Anfahren zur 2100m Startmarke favorisiert unverändert Programm Nummer 13 Fergie Venus. Nun sind es noch etwa 100m bis zum Start, Teilnehmer ab. Ums Kommando bemächtigt sich gleich Programm Nummer 4, Rev Damarik, dann innen Josephine und auch Arbano Dream Venus gut weggekommen. Innen Arbano Dream Venus kommt hier an der Innenkante zurück, daneben Josephine und in dritter Spur Rev Damarik, ein Dreikampf hier um die Führung. Innen dürfte sich Arbano Dream Venus des Kommandos bemächtigen. In zweiter Spur sieht man nach wie vor Josephine, die hier weiter aufs Kommando pocht, dann in dritter Spur Rev Damarik. Josephine steckt jetzt den Kopf in Front, außen innen hält Arbano Dream Venus, allerdings noch gegen wird jetzt aufgenommen hinter Josephine. Josephine in Front, dahinter Arbano Dream Venus, außen Rev Damarik vor Bunga Bunga. Dann sieht man Sultan Venus vor Casanova Venus, dann Mimmi und Aristo Ketteser, die übrigen Teilnehmern, einen noch ein wenig zurück. Vorne Josephine kann nach der schnellen Eröffnung natürlich das Tempo jetzt ein wenig herausnehmen. Ist hier in Front, dahinter an zweiter Stelle Arbano Dream Venus. Außen sieht man in zweiter Spur Rev Damarik vor Casanova Venus, der innen gut durchkam. Außen Bunga Bunga vor Sultan Venus, dann Mimmi an der Innenkante. Und außen Aristo Ketteser, während auch die übrigen Teilnehmer angeführt von Ria Venus den Anschluss herstellen konnten. In Führung sieht man Programm Nummer 3, Josephine. Sie hier in Front, von hinten kommt die Attacke, nun der Favoritin Fergie Venus in dritter Spur. Hat hier allerdings weit, um nach vorne zu kommen. Vorne Josephine, die Favoritin kommt hier nicht so recht weiter momentan. Vorne sieht man Josephine, dahinter an zweiter Position. Arbano Dream Venus, daneben kommt Rev Damarik, jetzt kommt auch Bunga Bunga in dritter Spur zur Attacke. Dahinter Sultan Venus und Casanova Venus an der Innenkante. Die Favoritin Fergie Venus hängt hier in dritter Spur ein wenig fest. Außen kommt Ria Venus. Fergie Venus begeht hier einen Fehler. Vorne sieht man Josephine, innen kommt Casanova Venus gut durch. Innen in Führung noch Josephine in zweiter Spur, kommt nun Bunga Bunga weiter. Und ganz außen Ria Venus, an der Innenkante sitzt noch Casanova Venus fest. Aber in Führung sieht man Josephine, Programm Nummer 3 hier ist in Front. Dann an zweiter Stelle Programm Nummer 5, Bunga Bunga und dann an der Innenkante sitzt Casanova Venus fest. Josephine in Front, auch zu Beginn des Einlaufs. Josephine, dann daneben Bunga Bunga kämpft hier um den Sieg. Innen Josephine, daneben Bunga Bunga, ein Zweikampf hier um den Sieg. Innen Josephine, außen Bunga Bunga und ganz außen kommt Sulte Miers. Aber das Rennen geht an Bunga Bunga. Und das Rennen geht an zu uns. Und das Rennen geht an Bunga. Und das Rennen geht an Bunga Bunga Bunga. Der vorläufige Einlauf auf den ersten 5 Plätzen lautet 5, 3, 9, 11 und 10. 5, 3, 9, 11 und 10 Einlauf vorläufig.